Einen wunderschönen guten Morgen. Loom macht Screencasts allerdings so schnell und so mühelos, dass das zu einer Art asynchronen Kommunikationsform wird. Man demonstriert und man kommuniziert das Geschehen auf seinem Bildschirm, hier nicht nur in stillstehenden Screenshots, sondern zeigt es in der tatsächlichen bewegten Nutzung. Und das hat seine ganz eigenen Vorteile.